Willkommen auf dem YouTube-Kanal von B.O.V.S.U.T.A.R. Wir haben heute den ganzen Tag rein getan. Den ganzen Tag haben wir erst am Mittag angefangen. Jetzt ist es abends um 9 Uhr, fertig. Die Fuchs ist voll. Die Suhe ist voll. Sieben Ladewagen hat es gegeben. Wir haben ja einen grossen Ladewagen. Also umgerechnet sind das irgendwie 25, 25 normales. Schön voll. Jetzt kann es lüften. Schöne Ware. Ein bisschen alt. Aber trotzdem versalter ist es auch immer noch schön. Und äh... Ja, gut. Da haben wir genug. Jetzt hat er gerade 101 Stunden. Also die 100 Stunden haben wir überschritten. Und der Ölkühler hat jetzt auch gedreht. Jetzt hat er aufgehört oder dreht er jetzt wieder. Jetzt steht er. Bei 50 Grad schaltet er rein. Und ab. Nachher schaltet er wieder ab. Wenn wieder ein bisschen runter geht die Temperatur. Also... Aber es braucht schon recht Zeit. Heute musst du etwa drei Stunden fahren. Bis er wirklich... ...lauft. Er hat natürlich auch mehr Öl als die alte Heukranen. Das tut wenigstens. Gut. Jetzt sehen wir es dann, wie es für die Strohernte ist. Dann wird es dann heiss. Im Notfall können wir ihn immer noch da im Kasten umschalten. Über Brücke in diesem Sinn. In Notbetrieb. Dann läuft er immer. Feierabend von heute. Soviel zum Höhnen. Ersten Schnitt. Juni 24. Bis zum nächsten Mal auf dem YouTube-Kanal von Biopsuit. Bis zum nächsten Mal.